Hallo, hier ist Matthias von MeinMaler. Ich grüße dich. Hattest du einen guten Start in ein neues Jahr 2017? Vieles liegt vor uns und einiges war auch in 2016. Heute möchte ich euch aber etwas zeigen. Und zwar bin ich wahnsinnig stolz darauf, euch heute diesen Preview zu ermöglichen. Dieses Jahr geht die MeinMaler-Akademie an den Start. MeinMaler-Akademie, was kann das bloß sein? Was hat der da wieder vor? Ihr habt ja mitbekommen, dass wir im letzten Jahr, exakt vor zwölf Monaten, das MeinMaler-Partner-Netzwerk ins Leben gerufen haben. Und Partnerbetriebe, Malerbetriebe besucht haben. Einige Partner haben wir schon in unserem Netzwerk aufnehmen dürfen. Das freut uns natürlich riesig. Die Frage ist ja gewesen, ob ihr schon sichtbar, greifbar und so erfolgreich seid, wie ihr euch das gewünscht habt. Das ist alles immer ein bisschen relativ, doch wir wollen dem Zufall nichts überlassen. Und wir haben uns entschlossen, die Akademie für euch, für uns, für unsere Partnerbetriebe und für Nicht-Partnerbetriebe, vielleicht werden die das ja mal, ins Leben zu rufen, um gemeinsam Training, Trainingseinheiten zu absolvieren mit professionellen Trainern. Andrea Eigel, Matthias Eigel wird dabei sein. Ich werde dabei sein. Wir werden einige Gasttrainer in unserem Netzwerk begrüßen dürfen, die viele verschiedene Themen aufnehmen, um dem eigenen Unternehmenserfolg, der besseren Qualifizierung eurer Mitarbeiter. Natürlich ist Personalführung ein ganz großes Thema, genauso wie Marketing, was ja so mein Steckenpferd ist. Wie schaffst du das, dein Unternehmen sichtbar zu gestalten, um genau deine Wunschkunden mit deiner Top-Leistung zu erreichen und auch zu lernen, wie kannst du mit einem Mangel umgehen, mit einer Kundenbeschwerde, was kannst du aus deinem Unternehmen rausholen, das Ganze betriebsnah, sehr motivierend und auch sehr weitreichend und nachhaltig. Die Mein-Maler-Akademie ist eigentlich die Konsequenz aus vielen Jahren Unternehmensführung, so wie ich das zum Beispiel in meinem Unternehmen Maler Heise praktiziere. Viel aus dem, was ich in den letzten 15, 20 Jahren erfahren habe, im Außen, im Innenverhältnis, mit vielen Dingen. Und das Video heute zeigt dir schon mal die ersten 50 Prozent unserer neuen Internetseite. Die Mein-Maler-Akademie hat natürlich ganz klar eine eigene Internetseite, auf der wir dir hier in der Akademie später erklären werden, was ist die Akademie, was sind wir, wer sind die Trainer und Macher dahinter, was für Trainingsmodule bieten wir dir und deinem Unternehmen und deinen Mitarbeitern an, um erfolgreich zu werden mit deinem Unternehmen für die Zukunft. Es wird so eine großartige Zukunft für gestaltungsorientierte Malerbetriebe, für spezialisierte Malerbetriebe, für Betriebe, die tolle Fassaden machen, die zum Beispiel auch nur Kleinaufträge machen, ganz individuell, jeder für sich. Stärken wollen wir stärken, bei Schwächen wollen wir genauer hingucken. Wir wollen uns gegenseitig trainieren, eine Basis und einen Ort finden, an dem wir diese Dinge zusammen machen können. Und die Mein-Maler-Akademie soll deine Anlaufstelle sein für diese Trainingseinheiten. Wir haben eine große Familie um uns herum, uns werden Lieferanten unterstützen, wir haben Premium-Partner, die uns begleiten werden, wir haben diverse Support-Partner, die von dieser Idee begeistert sind, weil nur gemeinsam können wir auch erfolgreich sein. Und damit gehen wir dieses Jahr an den Start. Das erste Seminar wird bereits im Februar stattfinden. Dort haben wir bereits 22 Teilnehmer mit dem Trainingsmodul Personalführung, Mitarbeiterführung. Da geht es um das Thema, kennst du schon deine Kunden? Weißt du, worauf es ankommt? Und das werden wir in Isernhagen machen, im Hotel Hennies. Ganz viele Schwerpunktthemen gehen die Andrea Eigel und ich auch an. Wir werden sehr lebendig diesen Trainingsslot halt gestalten. Sehr authentisch auch, weil meine Stärke ist einfach, ich habe mir über die vielen Jahre meiner Selbstständigkeit und in den Jahren, wo ich für meinen Vater schon arbeiten durfte und auch schon während meiner Ausbildung sehr viel mitbekommen, sehr viele Veränderungswünsche festgestellt, was man so machen kann. Und an meinem Unternehmen habe ich in den letzten Jahren auch erkannt, was eigentlich so Defizite sind bei Mitarbeitern, wo Optimierungsmöglichkeiten bestehen, wo Effizienzen eine große Rolle spielen, weil, sind wir doch mal ehrlich, am Jahresende stellen wir Unternehmer doch oft fest, wofür wir überall Geld ausgegeben haben und wo wir halt Verbesserungsmöglichkeiten sehen, ob wir Prozesse schlanker gestalten, ob wir unsere Familienzeit besser strukturieren können, müssen wir viel arbeiten, müssen wir 15 Stunden am Tag anwesend sein, das gilt für die Führungsetage, oder müssen Mitarbeiter bis aufs Letzte Gas geben und ich sage, das ist eine Mischung aus beidem und mit der Mein-Maler-Akademie wollen wir diese Dinge gemeinsam anfassen mit tollen Trainingsthemen, mit Führungskräfte-Coachings, mit Erfahrungsaustauschtruppen, die geführt werden von Andrea Eigel, von mir, von Matthias Eigel, aber auch von Partnertrainern, die wir in unseren Pool reinholen. Du kannst dich hier mit deinem Unternehmen als Mein-Maler-Partner oder als noch nicht Mein-Maler-Partner qualifizieren, verbessern für deine Region, ganz weit nach vorne kommen und du weißt ja, wir sind noch mit der Mein-Maler-Akademie nicht online, aber ganz bald, wenn du mein-maler-akademie.de anklickst, kannst du dich heute schon mit einer E-Mail-Adresse dort einklinken und dich auf dem Laufenden halten, wenn wir online gehen. Besuch uns auch im Mein-Maler-Blog, dort haben wir spannende Themen, die wir natürlich hier in der Mein-Maler-Akademie auch schon für euch sichtbar machen. Zum Status Quo Plan ist, am 20. Januar online zu gehen. Unser Klaus Oppermann gibt gerade mächtig Gas mit mir zusammen, um diese Thematiken hier alle einzuflegen. Noch sind die Internetseiten im Arbeitsmodus. Wir sind dabei, hier siehst du schon mal einen Trainingsort, den wir dir bieten. In einer wunderbaren Umgebung werden wir malerspezifisch Themen, Führungskräfte-Themen, Mitarbeiter-Themen angehen, um dort genau die Sichtbarkeiten, den Erfolg anzugehen, um viele neue Ziele anzugehen und dir dann auch die Frage stellen, was ist der Mitarbeiter der Zukunft? Du kennst ja meine Einstellung, der wahre Wert eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Und viele weitere Punkte werden wir angehen. Besuche uns, abonniere schon mal jetzt unseren Kanal, bleib uns treu, such dir auf mein-maler.de-netzwerk schon mal spannende Ideen für dich raus. Vielleicht möchtest du ja Partner werden. Schreib uns deine E-Mail mit deinen persönlichen Wünschen, was in deinem Unternehmen an Veränderungsprozessen anstehen und wo du mit deinem Unternehmen hin möchtest. Ich freue mich auf dich, auf euch und vor allen Dingen freue ich mich auf uns alle zusammen. Es grüßt dich aus Hannover, dein mein-maler-Partner Matthias. Und bis dahin, mach es gut. Viel Erfolg für dich und was dazu noch ansteht.